Ich grüße Sie auf meinem Kanal. Heute werde ich Ihnen Fülldraht-Schweißgeräte vorstellen. Ich gehe auf die Eigenschaften der einzelnen Modelle ein und zeige ihre Vor- und Nachteile auf. Es wird interessant sein. Los geht's! Das Stahlwerk MINIFLUX 120ST ist ein kompaktes und effizientes Fülldraht-Schweißgerät, das für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist. Mit seinen kompakten Abmessungen und einem Gewicht von nur 4 kg ist es ideal für mobile Einsätze, sei es auf Baustellen, bei Montagearbeiten oder für Heimwerkerprojekte. Das Gerät unterstützt Fülldrähte mit Durchmessern von 0,5 mm bis 1,0 mm und bietet einen Schweißstrom-Regelbereich von 20 bis 120 Ampere. Die vollsynergische Drahtvorschubsteuerung ermöglicht eine präzise und einfache Handhabung während des Schweißvorgangs. Die neueste IGBT-Technologie gewährleistet dabei eine hohe Leistung und Effizienz. Ein weiterer Vorteil des Geräts ist, dass es kein Schutzgas benötigt, was die Betriebskosten senkt und die Handhabung vereinfacht, insbesondere in wenigen Außenbereichen. Trotz seiner vielen positiven Eigenschaften ist das Schweißgerät möglicherweise nicht für alle Arten von professionellen Schweißarbeiten geeignet, insbesondere wenn eine höhere Leistung oder speziellere Schweißtechniken erforderlich sind. Für Heimwerker und leichte gewerbliche Anwendungen ist es jedoch eine ausgezeichnete Wahl aufgrund seiner Portabilität, Benutzerfreundlichkeit und Kostenersparnis. Sie möchten den Preis dieses Modells erfahren oder Kundenrezessionen lesen, verschwenden Sie nicht Ihre Zeit mit der Suche. Schauen Sie stattdessen in die Beschreibung dieses Videos. Ich habe Amazon-Links für jedes Modell in meiner Auswahl hinzugefügt. Dort werden Sie alles finden, was Sie interessiert. Als jemand, der sich für Schweißtechnik interessiert, habe ich den ArcCaptain MIG200 genau unter die Lupe genommen. Dieses vielseitige Gerät eignet sich für verschiedene Schweißverfahren wie MEG, Fluxkern, Stick und Lift-TEG, was es besonders attraktiv für Anfänger und Schweißbegeisterte macht. Sein Synergy-Modus ist eine herausragende Funktion, die automatisch Spannung, Ampere und Drahtgeschwindigkeit für das MEG-Schweißen anpasst. Dies erleichtert insbesondere Anfängern das Schweißen, indem es konsistente und kontrollierte Schweißnähte ermöglicht. Die Benutzerfreundlichkeit des Modells wird durch ein leichtes ablesbares LED-Display und einfache Einstellungsmöglichkeiten ergänzt. Das kompakte und leichte Design macht es zudem einfach zu transportieren, was in verschiedenen Arbeitsumgebungen sehr praktisch ist. Die Maschine bietet auch erweiterte Funktionen wie ArcForce, HotStart und Anti-Stick, die das Schweißen erleichtern und für eine stabile Schweißleistung sorgen. Trotz all dieser Vorzüge hat das Modell auch kleinere Mängel. So wird beispielsweise die Schutzklasse nicht spezifiziert, was für einige professionelle Anwendungen relevant sein könnte. Außerdem fehlen detaillierte Referenztabellen für Einstellungen, was das Experimentieren mit verschiedenen Materialien erfordert. Insgesamt ist dieser Schweißer jedoch eine gute Wahl für diejenigen, die ein zuverlässiges, vielseitiges und benutzerfreundliches Schweißgerät suchen, das sowohl für Heimprojekte als auch für professionelle Anwendungen geeignet ist. Setze ein Like und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Videos verpasst. Teilen Sie Ihre Meinung mit und stellen Sie Fragen in den Kommentaren. Beim IpoTools MEG 160ER handelt es sich um ein kompaktes und effizientes Schweißgerät, das sich hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen eignet. Seine Stärke liegt in seiner Vielseitigkeit, da es sowohl für MEG, MAG als auch für MMA und Flux Kernschweißen einsetzbar ist. Besonders hervorzuheben ist die breite Palette des Schweißstroms von 40 bis 160 Ampere, die eine hohe Flexibilität bei verschiedenen Materialstärken und Arten bietet. Die robuste Konstruktion des Geräts, gekoppelt mit einer Schutzart von IP21S, macht es zuverlässig für den täglichen Gebrauch. Das geringe Gewicht von nur 7,7 Kilogramm und die kompakten Abmessungen erhöhen die Mobilität und erleichtern den Transport, was es besonders für mobile Einsätze und Arbeiten an verschiedenen Orten attraktiv macht. Die digitale Anzeige und die einfache Bedienung der Einstellungen tragen zur Benutzerfreundlichkeit bei und ermöglichen es auch weniger erfahrenen Schweißern, gute Ergebnisse zu erzielen. Obwohl dieses Modell für viele Anwendungen geeignet ist, könnten professionelle Anwender die begrenzte Einschaltdauer bei höheren Strom stärken und die etwas eingeschränkte Fülldraht-Durchmesserauswahl als Nachteil empfinden. Insgesamt bietet das Modell jedoch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist eine solide Wahl für Heimwerker und professionelle Anwender, die ein vielseitiges, tragbares und benutzerfreundliches Schweißgerät suchen. Das Scheppach WSE 4000 Multi ist ein vielseitiges und benutzerfreundliches Schweißgerät, ideal für Hobby und professionelle Anwendungen. Das Gerät ermöglicht verschiedene Schweißverfahren wie WEG, TEG, MEG, MRG, MMA und Fülldraht schweißen, was es zu einem Allrounder macht. Sein Schweißstrombereich von 30 bis 120 Ampere bietet Flexibilität für verschiedene Materialstärken und Anforderungen. Die Netzspannung von 230 Volt und die Einschaltdauer, die bei maximaler Leistung von 120 Ampere bei 20 Prozent liegt, zeigen die Leistungsfähigkeit des Geräts für anspruchsvolle Aufgaben. Der Durchmesser des Fülldrahts von 0,6 bis 1,0 Millimeter ermöglicht eine gute Anpassung an verschiedene Schweißarbeiten. Die Schutzart IP21S gewährleistet, dass das Gerät auch unter rauen Bedingungen sicher verwendet werden kann. Das geringe Gewicht von 6,4 Kilogramm macht das Gerät tragbar und praktisch für den Einsatz an verschiedenen Orten. Trotz seiner vielen Vorteile könnten professionelle Anwender die begrenzte Einschaltdauer bei höchster Leistung als Einschränkung empfinden. Insgesamt bietet das Scheppach WSE 4000 jedoch ein gutes Gleichgewicht zwischen Leistung, Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit, was es zu einer lohnenswerten Investition für Schweißarbeiten aller Art macht. Das Telvin Maxima 200 Synergic ist ein vielseitiges und kompaktes Schweißgerät, das für eine breite Palette von Schweißarbeiten geeignet ist. Mit einem Gewicht von 11 Kilogramm ist es relativ leicht zu transportieren, was es ideal für Einsatzorte außerhalb der Werkstatt macht. Dieses Modell unterstützt verschiedene Schweißdrahtdurchmesser von 0,6 bis 1,2 Millimeter und bietet einen Schweißstrom-Regelbereich von 20 bis 170 Ampere. Es eignet sich für Materialien wie Stahl, Edelstahl und Aluminium und kann sowohl im Hobby als auch im professionellen Bereich eingesetzt werden. Die Synergic-Technologie des Geräts ermöglicht eine einfache Anpassung der Schweißparameter auch für weniger erfahrene Benutzer, was zu exzellenten Schweißergebnissen führt. Das Gerät verfügt über mehrere Sicherheitssysteme wie thermostatischen Schutz, Überspannungs-, Unterspannungs-, Überstromschutz und Motorgeneratorschutz, was seine Zuverlässigkeit und Langlebigkeit erhöht. Darüber hinaus ermöglicht die Mikroprozessorsteuerung eine synergische Regulierung der Schweißparameter, was den Einsatz des Geräts vereinfacht und optimiert. Das Schweißgerät ist daher eine gute Wahl für vielseitige Schweißanwendungen, von der Instandhaltung bis hin zu Installationsarbeiten, sowohl im Hobby als auch im professionellen Bereich. Das Güde SG131 ist ein kompaktes Fülldraht-Inverterschweißgerät, das sich durch seine fortschrittliche Technologie und Benutzerfreundlichkeit auszeichnet. Mit einem Gewicht von nur 6,2 Kilogramm ist es ideal für den mobilen Einsatz. Die innovative IGBT-Unterstützung sorgt für schnelle Schaltprozesse und eine präzise Schweißstromregulierung, was besonders beim Schweißen dünnerer Bleche hilfreich ist. Das Gerät verfügt über einen Synergic-gesteuerten Drahtvorschub, der automatisch die optimale Drahtvorschubgeschwindigkeit einstellt und somit hervorragende Schweißergebnisse garantiert. Es eignet sich für Fülldrähte bis zu 0,9 mm Durchmesser und bietet einen stufenlos einstellbaren Schweißstrombereich von 20 bis 120 Ampere, wodurch es vielseitig einsetzbar ist. Das Gerät ist besonders praktisch für den gelegentlichen Einsatz in der Werkstatt oder auf Montage, da keine Gasflasche benötigt wird. Es ist zu beachten, dass das Schweißgerät zwar für eine breite Palette von Anwendungen geeignet ist, jedoch möglicherweise nicht die Leistung oder Vielseitigkeit bietet, die für anspruchsvollere oder professionelle Schweißarbeiten erforderlich ist. Dennoch bietet es eine gute Balance zwischen Leistung, Portabilität und Benutzerfreundlichkeit für Heimwerker und leichte gewerbliche Anwendungen. Der GYS Multi MEG 140 ist ein halbautomatisches Schweißgerät, das die Prozesse MEG-MAG, Fülldraht- und MMA-Schweißen kombiniert. Es ist besonders benutzerfreundlich, da die Einstellungen für Spannung und Drahtgeschwindigkeit einfach vorgenommen werden können. Das Gerät ist ultra leicht und daher einfach zu transportieren, was es zu einer praktischen Lösung für verschiedene Arbeitsumgebungen macht. Es wird für das Schweißen von Stahl, Edelstahl und Aluminium empfohlen. Das Gerät ist aufgrund seiner Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit eine attraktive Option für sowohl Hobbyschweißer als auch professionelle Anwendungen. Und hier kommen wir zum letzten Teil der Bewertung. Vergessen Sie nicht, dass Sie in der Beschreibung unter diesem Video Links zu allen Modellen aus meiner Bewertung finden. Wenn Sie diesen Videobericht nützlich fanden, unterstützen Sie mich bitte mit einem Like. Ihre Kommentare helfen, den Inhalt noch besser zu machen, also zögern Sie nicht, Ihre Gedanken mit mir zu teilen. Und natürlich solltest du meinen Kanal abonnieren, damit du keine neuen Folgen verpasst. Bis bald!